so jetzt aber alli hallo und herzlich willkommen hier soll david russerl zu einer weiteren folge der straßenmeisterei simulator in der zweiten folge schauen wir mal was heute für eine lustige aufgabe kommt die wir hier erledigt dürfen entweder wird es spannend oder es wird nicht spannend wir werden sehen erstmal sehen wir eine schöne planierraupe von nein quatsch weil sie planier walze einfach nur walze von dock wieder unser schöner betrieb was ist denn unsere aufgabe die benutzer der bundesstraße beschweren sich schon dass die markierung auf der fahrbahn kaum mehr zu erkennen sind also los worauf wartest du neu erneuere die markierung der fahrbahn in den betroffenen abschnitten denk aber auch daran die arbeitssicherheit zu sichern was die arbeitsbereiche schuld die arbeitsbereiche zu sichern mann 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 genau mann 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 machen wir das doch mal die 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 den autobahn holen oder so ein pinsel hier kommt den PRX für den motor starten was sollen wir denn alles mitnehmen ich will bestimmt die Luke aufmachen Fettelabsperrung Nimm mal hier die fetten Absperrung Sperri Sperri Absperri was ist jetzt am Blinken Sperri Absperrung 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 den gasten ich war so ausnahmsicht dann machen wir mal hier die an den palmen an hier und so wie konnte man doch jetzt diese komischen feier aktivieren stehe ich noch nicht im bereich jetzt habe ich bis in den wachschulen und die markierungsbargames klassen dann wird hier mal die landstraße voll gesperrt wenn die sie schon beschweren wird hier voll gespielt wahrscheinlich voll einfacher gewesen einfach mit dem auto bestimmt hat euch nicht das spiel hatten ton aber gerade ist es extrem leise und fährt ja nichts wenn man wieder die lautstärke hochdreht ist wieder zu laut und das ist immer ein hin und her ich denke mal diese aber markierungs maschine die ist bestimmt wieder ausübelst laut aber das werden wir gleich rauskriegen die wahl hier noch hin die einstellung so ist auf 30 wie kommt da jetzt fahrer So, so, so. So, so. So, so. Voll spannend mit diesem Gerät hier durch die Gegend zu fahren. So, so. 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 Ich werde den Wind wieder wegschwellen. Ich bin echt erstaunt, dass Sie das mit den Rückspiegeln hinbekommen haben. Das kämpft man eigentlich gar nicht so. Voll abwertend. Auftrag gemeistert in den ganzen 16 Minuten. Ich bin richtig trägt. Überall hängen Äste rum. Na komm, dann machen wir das auch noch. Da brauchen wir hoffentlich nichts mit einsammeln oder so. Sondern wir müssen einfach nur die Maschine nehmen. Dann machen wir den. Dann machen wir die Maschine. 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 Dann machen wir das Schnipselwerk. Dann machen wir die Maschine. 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 Danach setzen wir die Maschine. Okay Auch ein schneller Auftrag. Hier oben. Tschüss. Binden. Achso. Und von dem Aus. Und ab nach Haus. Das war auch geil hier mit dem Auto. Wir wollen halt die Feier machen. Das muss wahrscheinlich hier hin. Oh. Hier rein. Hier hinten ist das Gemüse. Der Gemüsecontainer. Dann packen wir es halt hier rein. Und wenn man doch was in der Hand hat, kann man natürlich nicht einsteigen. So bitte ich. Dann fahren wir doch hin. So. Und das ganze Strip hier alles. Hier im Wertstoffcontainer. Schönes Ostachfeuer machen. Schönes Ostachfeuer machen. Hey. Stopp. Ziggi zacki. Ziggi. So. Erledigt. Luggedicht. Einsteigen. Motor starten. Base. Anfänger zu lösen. Oh. Oh. Da schnell vergessen sie. Oder sowas. So. Rinden. Fahr aber mal in der Ansicht. Die kommt jetzt in die Garage rein. Oh. So weit. So. Motor aus. Auftrag erfolgreich ab. So wird Luke dicht. Haben wir alles erledigt. Wenn euch das Gewalt hat, lasst natürlich ein Abo da. Däum hier ist doch klar. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, lasst die Glocke nicht. Vergisst die Glocke nicht. Ja. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal im Straßenmeisterei Simulator. Bis dahin. Ciao.